Hi zusammen, mein Name ist Josephine und heute nehme ich euch mal mit in mein Homeoffice, denn wie viele meiner Marketingkollegen auch, musste ich mir mein kleines Paradies zu Hause einrichten. Dann zeige ich euch mal meinen Arbeitsplatz. Laptop, Monitor, ein bisschen Deko, darf natürlich auch nicht fehlen. Und wenn wir hier einmal rechts rüber schwenken, habe ich mir so eine kleine Bibliothek aufgebaut. Alles rund um das Thema Social Media, Instagram. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Ganze hier schon so ein bisschen durchgearbeitet. Und etwas, das bei mir natürlich auch nicht fehlen darf oder wo ich sehr, sehr gerne arbeite, ist natürlich direkt am Fenster. Das Wetter ist echt bombenmäßig. Da macht das Arbeiten doch gleich viel mehr Spaß, wenn man so einen schönen Ausblick hat. Bei mir dreht sich alles rund um das Thema Social Media. Und Social Media ist tatsächlich ein Bereich, der super, super vielfältig aufgebaut ist. Es geht zum einen um die Strategieentwicklung, um Social Media Kampagnen. Das bedeutet kreative Erarbeitung, Umsetzung von Fotoshootings und Videodrehs. Es geht um die Nachbearbeitung, aber auch um die Veröffentlichung. Und das ist genau das, was euch interessiert, denn genau diese Dinge landen nachher im Feed. Dann geht es um das Thema Influencer-Marketing, Social Advertising. Also wenn euch mal die ein oder andere Werbeanzeige auf Facebook oder Instagram begegnet, das war ich. So ein Homeoffice bringt natürlich auch einige Vorteile mit sich. Und den einen wichtigen für mich, den habe ich euch verschwiegen. Und zwar brauche ich ungefähr 45 Minuten für Haare und Make-up jeden Tag. Und das ist wertvolle Lebenszeit, die ich dadurch gewinne. Die einen werden sich jetzt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und andere, die so into beauty sind wie ich, die werden mich vollends verstehen können. Und ja, was treibe ich denn mit so viel gewonnener Zeit? Da habe ich mich einfach mal im Online-Shop umgeschaut und was richtig Tolles gefunden. Und das wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar habe ich mir diese Tools-Bänder bestellt. Die gibt es in verschiedenen Stärken. Und die sind echt super für ein intensives Ganzkörper-Workout. Damit kann man wirklich von Squats bis Rückentraining hin zu Armtraining wirklich alles mitmachen. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Da bin ich auch schon ganz gespannt drauf, um diese selber auszuprobieren. So, ich habe jetzt genug geredet. Das war es von mir. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen von mir und von dir mitgenommen, was ein Social Media Manager so bei Tennis Freund macht. In diesem Sinne, vergesst nicht, unsere Channels zu abonnieren. Liked unsere Bilder, kommentiert sie, schreibt uns Nachrichten. Wir freuen uns über jede einzelne. Und ja, getreu unserem Hashtag SaveYourAce. Bleibt zu Hause, bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Bis dann.